Und damit herzlich willkommen bei Selbstorientiert. Ich bin Sarah und zusammen schauen wir uns heute das Thema Dimensionen der Partizipation an. Viel Spaß beim Video. Bürgerbeteiligung auf kommunaler Ebene spielt eine entscheidende Rolle für eine lebendige Demokratie. Auf lokaler Ebene haben Bürgerinnen und Bürger die Möglichkeit, unmittelbar an politischen Entscheidungsprozessen teilzunehmen und aktiv an der Gestaltung ihres Lebensumfelds mitzuwirken. Diese Form der Partizipation ist nicht nur ein Ausdruck demokratischer Grundprinzipien, sondern trägt auch dazu bei, das Vertrauen der Bürgerinnen und Bürger in die politischen Institutionen zu stärken. In vielen Ländern gibt es verschiedene Instrumente und Formen der Bürgerbeteiligung auf kommunaler Ebene. Dazu gehören unter anderem Bürgerhaushalte, Stadtteilversammlungen, Bürgerbeiräte und Bürgermeistersprechstunden. Diese Instrumente bieten den Bürgerinnen und Bürgern die Möglichkeit, sich aktiv an kommunalen Entscheidungsprozessen zu beteiligen und ihre Anliegen einzubringen. Ein wichtiges Instrument der Bürgerbeteiligung auf kommunaler Ebene sind Bürgerhaushalte. Dabei handelt es sich um Verfahren, bei denen Bürgerinnen und Bürger direkt über die Verwendung eines Teils des kommunalen Haushalts entscheiden können. In Bürgerhaushaltsverfahren können die Bürgerinnen und Bürger Vorschläge für konkrete Projekte und Maßnahmen einbringen und anschließend darüber abstimmen. Auf diese Weise können sie direkt Einfluss darauf nehmen, wie öffentliche Gelder verwendet werden und welche Projekte in ihrer Stadt oder Gemeinde umgesetzt werden sollen. Ein weiteres Instrument der Bürgerbeteiligung auf kommunaler Ebene sind Stadtteilversammlungen. Dabei handelt es sich um regelmäßig stattfindende Veranstaltungen, bei denen Bürgerinnen und Bürger die Möglichkeit haben, sich über lokale Themen zu informieren und ihre Meinung zu äußern. Stadtteilversammlungen bieten den Bürgerinnen und Bürgern die Möglichkeit, direkt mit den Vertretern der Stadtverwaltung ins Gespräch zu kommen und ihre Anliegen zu diskutieren. Auf diese Weise können sie aktiv an der Gestaltung ihres Stadtteils mitwirken und sich für die Interessen ihrer Gemeinschaft einsetzen. Ein weiteres Instrument der Bürgerbeteiligung auf kommunaler Ebene sind Bürgerbeiräte. Dabei handelt es sich um Gremien, in denen Bürgerinnen und Bürger über bestimmte Themen beraten und Empfehlungen an die kommunalen Entscheidungsträger geben können. Bürgerbeiräte können zu verschiedenen Themenbereichen eingerichtet werden, wie zum Beispiel Verkehr, Umwelt, Soziales oder Kultur. Sie bieten den Bürgerinnen und Bürgern die Möglichkeit, sich intensiv mit bestimmten Themen auseinanderzusetzen und konkrete Vorschläge für politische Maßnahmen zu erarbeiten. Ein weiteres Instrument der Bürgerbeteiligung auf kommunaler Ebene sind Bürgermeister-Sprechstunden. Dabei handelt es sich um regelmäßig stattfindende Veranstaltungen, bei denen Bürgerinnen und Bürger die Möglichkeit haben, persönlich mit dem Bürgermeister oder anderen Vertretern der Stadtverwaltung ins Gespräch zu kommen und ihre Anliegen zu besprechen. Bürgermeister-Sprechstunden bieten den Bürgerinnen und Bürgern die Möglichkeit, ihre Anliegen direkt an die kommunale Verwaltung heranzutragen und Lösungen für ihre Probleme zu finden. In vielen Städten und Gemeinden werden zusätzlich zu diesen Instrumenten auch weitere Formen der Bürgerbeteiligung angeboten, wie zum Beispiel Online-Beteiligungsverfahren, Bürgerbefragungen oder Bürgerentscheide. Diese Instrumente bieten den Bürgerinnen und Bürgern zusätzliche Möglichkeiten, sich aktiv an der Gestaltung ihrer Stadt oder Gemeinde zu beteiligen und ihre Meinung zu äußern. Bürgerbeteiligung auf kommunaler Ebene trägt dazu bei, das Vertrauen der Bürgerinnen und Bürger in die politischen Institutionen zu stärken und die Legitimität der politischen Entscheidungsprozesse zu erhöhen, Indem Bürgerinnen und Bürger direkt an politischen Entscheidungsprozessen teilnehmen und ihre Anliegen einbringen können, fühlen sie sich stärker in die Gemeinschaft eingebunden und nehmen ihre demokratischen Rechte und Pflichten ernster. Darüber hinaus ermöglicht Bürgerbeteiligung auf kommunaler Ebene eine bürgernahe und transparente Politik, bei der die Interessen und Bedürfnisse der Bürgerinnen und Bürger im Mittelpunkt stehen, Indem die Bürgerinnen und Bürger direkt in politische Entscheidungsprozesse eingebunden werden, können sie dazu beitragen, dass die getroffenen Entscheidungen besser auf die Bedürfnisse der Bevölkerung abgestimmt sind und eine breite Akzeptanz in der Bevölkerung finden. Insgesamt trägt Bürgerbeteiligung auf kommunaler Ebene dazu bei, die Demokratie zu stärken und die Bürgerinnen und Bürger zu mündigen und aktiven Mitgliedern der Gesellschaft zu machen, Indem Bürgerinnen und Bürger sich aktiv an der Gestaltung ihrer Stadt oder Gemeinde beteiligen und ihre Anliegen einbringen können, fühlen sie sich stärker in die Gemeinschaft eingebunden und nehmen ihre demokratischen Rechte und Pflichten ernster. Bevor es gleich weitergeht, eine kurze Unterbrechung für ein wenig Werbung in eigener Sache. Wenn du dich weiter mit diesem Thema beschäftigen möchtest, empfehlen wir dir unser umfassendes Lernheft zum Thema Dimensionen der Partizipation. Denn, auch wenn es vielleicht nicht ganz einfach ist, ist das Thema auch relevant fürs Abi. Mit detaillierten Texten, Hintergrundinformationen und Aufgaben in allen Anforderungsbereichen kannst du dein Wissen vertiefen und dich optimal auf Prüfungen vorbereiten. Auf über 30 Seiten wirst du optimal auf das Abitur vorbereitet. Schau jetzt in der Videobeschreibung auf den ersten Link und bekomme 20% mit dem Code WELCOME. Und jetzt geht es auch schon weiter mit dem Video. Digitale Partizipation hat im Internetzeitalter neue Wege der politischen Mitbestimmung eröffnet. In einer zunehmend vernetzten Welt bieten digitale Plattformen und soziale Medien den Bürgerinnen und Bürgern die Möglichkeit, sich aktiv an politischen Diskussionen zu beteiligen, ihre Meinungen auszutauschen und direkten Einfluss auf politische Entscheidungen zu nehmen. Diese Form der Partizipation hat das Potenzial, die demokratischen Prozesse zu stärken und die politische Landschaft nachhaltig zu verändern. Eine der bekanntesten Formen der digitalen Partizipation sind Online-Petitionen. Diese ermöglichen es den Menschen, politische Anliegen zu unterstützen und öffentliche Unterstützung zu mobilisieren. Durch die Verbreitung von Petitionen über soziale Medien können innerhalb kurzer Zeit Tausende von Unterschriften gesammelt werden, was dazu beiträgt, politischen Druck auf Entscheidungsträger auszuüben. Ein prominentes Beispiel hierfür ist die Online-Petition zur Einführung des Tempolimits auf deutschen Autobahnen, die innerhalb weniger Wochen über eine Million Unterschriften sammelte und eine breite gesellschaftliche Debatte auslöste. Neben Online-Petitionen bieten auch Diskussionsforen und Online-Plattformen eine wichtige Möglichkeit zur digitalen Partizipation. Hier können Bürgerinnen und Bürger sich aktiv an politischen Diskursen beteiligen, ihre Meinungen austauschen und gemeinsam Lösungen für gesellschaftliche Probleme erarbeiten. Plattformen wie Reddit oder Twitter dienen als virtuelle Versammlungsorte, an denen Menschen mit unterschiedlichen politischen Ansichten zusammenkommen und miteinander diskutieren können. Durch die Anonymität des Internets fühlen sich viele Menschen ermutigt, ihre Meinungen offen zu äußern und sich an politischen Diskussionen zu beteiligen, ohne Angst vor Repressalien haben zu müssen. Ein weiteres Instrument der digitalen Partizipation sind digitale Bürgerbefragungen. Diese ermöglichen es den Bürgern, ihre Meinung zu bestimmten Themen abzugeben und direkt in politische Entscheidungsprozesse einzubeziehen. Durch die Nutzung von Online-Umfragen können politische Entscheidungsträger schnell und kostengünstig die Meinung der Bevölkerung zu bestimmten Themen erfassen und in ihre Entscheidungsfindung einbeziehen. Ein Beispiel hierfür sind die regelmäßig stattfindenden Online-Bürgerbefragungen der Stadtverwaltungen, bei denen die Bürgerinnen und Bürger zu verschiedenen Themen wie Verkehr, Stadtentwicklung oder Umweltschutz Stellung nehmen können. Darüber hinaus spielen auch soziale Medien eine wichtige Rolle bei der digitalen Partizipation. Die Verbreitung von politischen Botschaften über Plattformen wie Facebook, Twitter oder Instagram ermöglicht es den Menschen, eine breite Öffentlichkeit zu erreichen und politischen Druck auszuüben. Hashtags wie Black Lives Matter oder MeToo haben gezeigt, wie soziale Medien genutzt werden können, um gesellschaftliche Debatten anzustoßen und politische Veränderungen zu bewirken. Durch die Möglichkeit, Nachrichten und Informationen in Echtzeit zu verbreiten, können soziale Medien dazu beitragen, das Bewusstsein für politische Themen zu schärfen und die öffentliche Meinung zu beeinflussen. Digitale Partizipation bietet jedoch nicht nur Chancen, sondern birgt auch Risiken. Die Anonymität des Internets kann dazu führen, dass extremistische oder radikale Ansichten verstärkt werden und zu einer Polarisierung der Gesellschaft beitragen. Fake News und Desinformation können die öffentliche Meinung beeinflussen und das Vertrauen in demokratische Institutionen untergraben. Darüber hinaus sind nicht alle Menschen in der Lage, von den Möglichkeiten der digitalen Partizipation zu profitieren. Menschen mit geringer Internetkompetenz oder ohne Zugang zu digitalen Medien werden von diesen Entwicklungen häufig ausgeschlossen und können ihre Meinung nicht in den politischen Diskurs einbringen. Um die Chancen der digitalen Partizipation optimal zu nutzen und die Risiken zu minimieren, ist es daher wichtig, geeignete Rahmenbedingungen zu schaffen. Dazu gehören unter anderem die Förderung von Medienkompetenz, die Bekämpfung von Fake News und Desinformation sowie die Schaffung von barrierefreien Zugängen zu digitalen Medien für alle Bürgerinnen und Bürger. Darüber hinaus sollten politische Entscheidungsträger digitale Partizipationsmöglichkeiten aktiv fördern und die Ergebnisse dieser Beteiligungsprozesse ernst nehmen und in ihre Entscheidungsfindung einbeziehen. Insgesamt bietet die digitale Partizipation neue Möglichkeiten der politischen Mitbestimmung im Internetzeitalter. Durch die Nutzung digitaler Plattformen und sozialer Medien können Bürgerinnen und Bürger sich aktiv an politischen Diskussionen beteiligen, ihre Meinungen auszutauschen und direkten Einfluss auf politische Entscheidungen nehmen. Dies trägt dazu bei, die demokratischen Prozesse zu stärken und die politische Landschaft nachhaltig zu verändern. Bevor wir uns verabschieden, möchte ich noch eine kleine Empfehlung in eigener Sache aussprechen. Wenn du dich weiter mit diesem Thema beschäftigen möchtest, empfehlen wir dir unser umfassendes Lernheft zum Thema Dimensionen der Partizipation. Denn, auch wenn es vielleicht nicht ganz einfach ist, ist das Thema relevant fürs Abi. Mit detaillierten Texten, Hintergrundinformationen und Übungen in allen drei Anforderungsbereichen kannst du dein Wissen vertiefen und dich optimal auf Prüfungen vorbereiten. Und das Beste daran ist, dass du unser Lernheft jetzt mit einem exklusiven Rabatt von 20% erhalten kannst. Gib einfach den Code WELCOME bei deiner Bestellung ein und schon gehört das Lernheft dir. Schau gleich in der Videobeschreibung nach dem Link und sicher dir noch heute dein Exemplar. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit und dein Interesse. Auf Wiedersehen und bis zum nächsten Mal.